Ich bin Volker Hepp. Ich arbeite als Coach, Mediator und Trainer. Ich begleite Menschen in besonderen Lebenssituationen. Bei meiner Arbeit liegt mir vor allem ihre Handlungsfähigkeit am Herzen. Das heißt, wir alle kennen Situationen in unserem Leben, wo wir uns ohnmächtig oder handlungsunfähig fühlen. Und genau diese Situationen gilt es wieder so aufzulösen, dass sie in ihre volle Handlungsmacht und ihr volles Handlungserleben kommen. Das ist eines meiner Ziele in meiner Arbeit. Ich selber bin in zwei Welten zu Hause. Auf der einen Seite seit 15 Jahren in internationalen Konzernen unterwegs und seit meinem 16. Lebensjahr in psychologischen Themen. Und genau in diesen Themen habe ich mich immer weiter professionalisiert, sprich eine sehr lange Ausbildung in NLP, eine sehr lange Ausbildung in systemischem Arbeiten und die letzte große Ausbildung bestand aus zwei verschiedenen Traumatherapien. und alles zusammen ergibt sich heute einfach, ergibt heute für mich ein sehr rundes Bild, auch ein rundes Bild von meinem Gegenüber, mit dem ich arbeite, wo ich sehr schnell erfasse, was los ist und auch gleichzeitig mit ihnen dann zusammen eben schauen kann, wo denn die Wege sind, um wieder zur Handlungsmächtigkeit zurückzukommen. Mir geht es in meiner Arbeit auch darum, ihnen zu helfen, wieder eine Verbindung zwischen ihrer Kognition und ihrem Körper herzustellen. Weil sehr oft haben wir genau diesen Kontakt letztendlich verloren und versuchen über unseren reinen Willen in irgendeine Veränderung reinzugehen und wundern uns, dass die Veränderung nicht nachhaltig ist oder immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen haben. Das liegt unter anderem daran, dass unser Körper eh viel schneller unterwegs ist als wir. Wir merken sehr schnell, wem wir vertrauen können und wem nicht. Wir merken auch sehr schnell, was uns gut tut und was nicht, wenn wir diese Verbindung haben. Und oft wurde sie verlernt oder vernachlässigt. Und auch das ist Teil meiner Arbeit mit ihnen, einfach diese Verbindung zwischen Kopf und Körper wieder herzustellen. Ich nenne das Somatic Coaching, das heißt, auch der Körper ist hier mit dabei. Ich erkläre auch sehr viel bei meiner Arbeit. Das nenne ich Psycho-Edukation. Weil es für uns Menschen wichtig ist, auch gewisse Dinge einfach zu verstehen. Verstehen bedeutet, dass ich mein Erleben, wie ich das heute so mit mir mitbekomme, auch besser verstehe. Und Verstehen bedeutet auch, eine gewisse Art Orientierung zu bekommen. Und Orientierung ist wichtig für unsere Sicherheit. Und um das besser zu verstehen, ist es manchmal dann auch wichtig, für uns ein bisschen achtsamer und damit auch ein bisschen langsamer zu werden. Sprich, den Fuß vom Gas zu nehmen und ab und zu ein bisschen mehr auf die Bremse zu treten. Weil eine unangenehme Eigenschaft ist es, wenn wir etwas gewöhnt sind, dass wir es meistens automatisch unbewusst und schnell tun und damit natürlich in der Veränderungsfalle laufen. Weil etwas, das wir nicht mitbekommen, können wir auch sehr schlecht verändern. Deswegen arbeite ich auch mit Elementen der Achtsamkeit, der Langsamkeit, um dann auch irgendwann mal stehen zu bleiben, in besonderen Momenten, um zu entscheiden, will ich jetzt mein gewohntes Verhalten zeigen oder will ich in ein neues Verhalten rüber wechseln. Dazu brauchen wir eben, wie gesagt, diese Langsamkeit, aber auch diese Achtsamkeit. Jetzt würden wir, wie gesagt, diese Achtsamkeit, hier der Figur hier bin, dass wir jetzt ein gebeitet haben, dass wir jetzt nicht gern sind, dass wir nicht mehr auf die Bremse zu haben. Ich bewege, dass wir nicht mehr auf die Bremse des Unglauben zusammenhängen Vielen Dank.